Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Part of Exile Forsaken Masters, der neuen Erweiterung zu Part of Exile. Und ja, die Neuerungen sind zum Beispiel neue, also sogenannte Verstecke, wo man so Leute, ja einfach Helfer, ja die gehen dort rein dann und bieten euch dann sogenannte, ja einfach Sachen an, Items an und Crafting an. Und man kann ein paar oder auch alle mitnehmen als so ein Söldnersystem, also je einen immer und ja, die haben bestimmte Fähigkeiten, die sie einsetzen. Und dann gibt es einen komplett neuen Baum, also ja, da hat sich, ja vieles geändert und auch, ja das Bronzing ist dadurch besser, hoffentlich. Und ja, den werden wir nachher anschauen. Es gibt einen, es gibt glaube ich vier oder fünf neue SKs, neue Unix und ja, zwei neue Liga und eine werden wir anfangen, da haben wir auch ein neues Let's Play. Und ja, zu den Scale, es gibt einen Scale, den weiß ich, der ist der Tarnado Shot und den möchte ich mal gerne ausprobieren. Ähm, der wird wahrscheinlich noch nicht am Anfang verfügbar sein, aber wir spielen einfach bis dorthin mit, ähm, Split Shot oder sonst irgendwelchen anderen, ähm, Skays und ja, schauen wir mal rein. Ähm, haben wir noch Slots frei, ich weiß es gar nicht, ich denke schon, ähm, wir nehmen die Rangerin, die, die bekommt den Split Shot, äh, den Tornado Shot rund prozentig über oder, ich glaube schon, man bekommt ihn über, also über Quests. Ja, das sind die neuen, zwei neuen Ligas, man kann ja auch noch Standort wählen und Harkor, Rampage ist mit Sterben und Beyond ist mit, ähm, ohne Sterben, also der Skill, äh, der Charakter wird, ähm, sterben dann und nicht mehr spielbar sein. Bei, ähm, Rampage gibt es, ähm, so ein Killstreak-Ding, also wenn man viele Kills hat, bekommt man Bonusset, zum Beispiel so ein Wirbelwind ab, irgendwie 300 oder so. Ich hoffe, das wird auch möglich sein. Und, ähm, bei der Beyond-Liga kommen, äh, entstehen so Portale, kleine Portale und wenn das, wenn ganz viele Portale da sind, werden sie zu grossen Portalen und dann kommen Monster raus. Und auch Invasion-Monster, also Monster, die irgendwo von einer anderen Map sind, kommen auch noch dazu. Ähm, wir nehmen die Rampage-League, weil ich Desync-Probleme manchmal habe und, ähm, ja, einfach Harkor-Zeugs nicht mag, weil ich will meine Charakter behalten können und auch mal ein bisschen etwas rausprobieren will. Okay, so, ähm, Rampage und der Name, oh, der Name, LP Drago, äh, machen wir LP Basler, so. Und, los geht's. Ja, ich, ähm, hab jetzt, das meiste Zeit hab ich, bin ich sportlich und hab Fitness gemacht und alles mögliche. Ich muss mich zuerst wieder an das Game so ein bisschen gewöhnen und auch an das Let's Playen. Die Motivation ist momentan noch nicht ganz so da, aber ich hoffe, es kommt durch das Let's Playen wieder und, ja, wünsche euch ein bisschen Unterstützung von euch. Müsst ihr es natürlich nicht machen, alles freiwillig, aber ein bisschen diskutieren oder liken oder einfach nur schauen, das kostet nicht viel und würde mich natürlich sehr gefallen. Oh, jetzt gibt's hier einen Menü-Knopf, wo die verschiedenen Sachen drin sind. Sieht mir jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Der Shop-Ding-Button ist nicht mehr so extrem, ähm, ja, ploppt nicht mehr so richtig auf und stört nicht mehr. Okay, das... Oh, schon ein Crit gemacht. Ähm, können wir unten... Ähm, Ding. Ich hoffe, es kommt bald auf Deutsch, da kann ich ja auch mal das, ähm, hören lassen. Äh, ja, aber das sind Sachen, die Ihnen jetzt nicht so wichtig sind. Es ist ja ein Action-Rollenspiel und dafür gibt's natürlich viel bessere Sachen, wie zum Beispiel Sky, wo man die Dialoge auch abspielen lassen kann und die Betonung auch natürlich besser ist. So, ganz viele Sun-Splitter sind hier, die kennen wir natürlich schon. Ähm, die gab's schon immer hier. Was wollte ich noch machen? Den passiven Skill-Barm. Ähm, ja, da hat sich einiges geändert. Ähm, bei der Witch haben sie ein bisschen gebufft. Die war eigentlich am Anfang immer so ein bisschen, entweder sehr offensiv oder sehr defensiv. Jetzt ist da also ein bisschen zusammen. Kann man sich auch offensiv-defensiv skinnen. Ähm, und schon hat einer... Äh, das heißt, da mal die City of Suns erreicht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das ist. Glaube ich, Akt 3, erste Map. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja, super. Der ist schnell, weil, ähm, der Patch ist jetzt gerade herausgekommen. Also, die Serbs sind erst gerade wieder runtergekommen. Und, ja, also, ähm, was mir da gerade ein bisschen auffällt, sind hier die Schwert-Skills. Die Bow-Skills auf der Seite. Die Trap-Skills. Sword. Also, es ist... Ja, es ist... Also, mir fällt jetzt erst mal auf, dass man sehr viel weniger Scale-Punkte braucht, um irgendwo hin zu gelangen. Und alles ein bisschen, ja, optionaler wurde. Ähm. Ah, physische Damage. Das ist nicht schlecht hier. Da müssen wir sowieso mal noch hoch. Okay, gut. Critical Strike. Ja, wir nehmen am Anfang noch nicht Crit. Physical Damage gehen wir auch mal hier hoch. Gut. Und. Okay. Dray Ticket. Plattenwesten. Plattenwesten. Und Handschuhe. Plattenhandschuhe wahrscheinlich. Das ist jetzt ein bisschen umständig. Ich könnte I drücken natürlich. Aber ich könnte hier auch, ähm... Ja, das ist ein bisschen blöd, aber... Ich könnte die Taste... Wo ist das? Inventory. Gut. Ich habe die Taste neben der 1 gemacht, weil ich sowieso die eigentlich gedrückt habe mit dem, mit der, mit dem Mittelfinger, ja. Okay. Und Transmonitation, oh, sehr schön. Die kann man jetzt besser durch die Head-out-Leute, ähm, gebrauchen. Also das, äh, das Handeln über die NPC-Händler wurde jetzt vereinfacht. Ich hoffe, wir finden die bald. Also, ich glaube, man kann nur drei gleichzeitig haben. Und die anderen warten in, ähm, ja, in den Städten auf uns. Oder, ja, in dem Lager eh, so gesagt. Ah, die, die Monster sind jetzt ein bisschen besser zusammen, also die sind nicht mehr so einzeln. Ich sehe aber noch nichts von der Neuerung. Uh, auch ein neuer Ton. Könnte ein bisschen lauter machen. Wieso ist das so leise? So. Gut. Also, dann scaleen wir hier. Ja. Life brächtet wir noch nicht. Attack-Speed. Wir brauchen den Schaden. Durch die schnellere, durch den schnellen Attack-Speed. Jetzt ist es gerade ein bisschen laut mit dem. So, jetzt. Bei mir ist es ein bisschen laut und ich bekomme sonst einen höheren Schaden. Über. Ist nicht so gut. Da kommen sie, die Zombies. Mal ein bisschen mit Burning Arrow angreifen. So gut. Aber kein Problem natürlich für einen Profi im Action-RPGs-Genre. Ich hoffe, ich komme jetzt ein bisschen schneller vorwärts. Das ist ein Ding. Sacrifice of War. War so ein bisschen. Naja. Habe ich die falsche Charakter-Klasse für den Anfang gewählt. Den Elementar Wander. Und da bin ich dann stecken geblieben. Und habe auch Bock. Bisschen verloren. So. Burning Arrow ist auch aufgestiegen. Ein Level. Auf Level 2. Oh. Burning Session. Wenn die Gegner brennen, erleiden sie Damage Overtime. Also Schaden über Zeit. Oh. Hier steht jetzt schön, was wir machen müssen. Also es wurde mehr geändert, als eigentlich in den Patch-Log steht. Das ist klar. Aber, ja, schon viel, viel mehr. So. Und fully clear in any difficulty. Gut. Ein hat Scheinbelt. Ja, nehmen wir einfach mal alles mit. Inventory. Ja, haben wir noch die zwei Sachen. So. Jetzt sind wir hier im Exil. Und hier fällt mir schon wieder der Ton auf, der ein bisschen laut ist. Aber es geht, es geht. So. So 120 Dezibel oder so. Also, wir haben hier eben nichts mehr. Das lag es leer, weil die Gede inaktiv ist. Schade, schade, schade ab. Die haben sich durchgepusht, durchgeblickt das Spiel. Denen wurde das so schnell langweilig, ich verstehe es nicht. Also, ich nehme mir Zeit für die Games und schaue mir alles an, bevor ich alles durchgespielt habe und da nicht mehr Bock habe. So, hier können wir ein paar Quests annehmen. Eine Quest ist zum Beispiel, da müssen wir auf eine Insel und alle Gegner, glaube ich, besiegen. Ja, nein, wir müssen nur den Endpost besiegen von der Insel und so eine Glühve oder ein Flask oder irgendwas so. Und dann bekommen wir einen Heiltrank, einen Mahnetrank oder einen Schnellikerztrunk. Und die anderen Quest sind zum Beispiel durchgehen und, also nicht zur Insel gehen, sondern durch das Gebiet gehen, das davor ist. Und drei Teile suchen für einen Wasserfall. Aber das zeige ich ja, also die, die es wissen, ist das ja kein Problem. So, Split Arrow und hier Burning Arrow. Auch wenn ich ihn nicht gerne benutze, nehme ich ihn trotzdem nochmals noch mit. So, jetzt können wir hier wieder anfangen, unsere Sachen Shards und Orbs zu sammeln. Ja, hier müssen wir eigentlich nichts kaufen. Wir könnten den Orb of Transmutation für einen Quiver. Aber das ist zu wenig Schaden und den werden wir auch so finden. Ja, zum Beispiel hier steht jetzt Hiddle Island. Vorher war das so ein bisschen gestaut, sogar. Ähm, oh nein, das war nicht das Game. Ähm, ich glaube, das wurde gar nie angezeigt. Oder nur bei wichtigen Sachen. So, den Rustic Sash brauchen wir nicht. Wir haben einen Chain Build. Oh, no more Scrap. Ah, das sind so schon die Invasion Monster. Also es war, ich weiß jetzt, von allen Ligern. Ich glaube, es wurde von allen Dingen und in der Hardcore neuen Liga wurde es da, äh, wurde es ein bisschen vermehrt eingesetzt. Also, keine Ahnung. Das werden wir aber vielleicht mal auch nachsehen in der Hardcore Liga. So, Crypt, der Crypt Level 2 nochmal. Die Crypt, wo ist die Crypt schon hin? Akt 2, genau. Akt 2 hinter dem Friedhof. Und wir haben einen Quiver schon, Session. So, ähm... Ob ich so langsam mal, ähm, ein paar Mikro, ähm, Translation kaufen werde. Also, den, ähm, optische Sachen überlege ich mir noch. Ich hätte schon gern irgendwas, aber ich weiß nicht was. Und vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Ich werde den Shop natürlich bald auch zeigen. Ja, die Monster haben hier irgendwie mehr Leben, habe ich das Gefühl. Oder ich bin einfach noch zu schwach. Ah ja, es ist natürlich normal, dass man am Anfang nicht so viel Schaden macht durch, ähm... Durch, ähm, Bogen. Weil das nicht erhöht wird durch Geschicklichkeit, glaube ich. Also, durch Stärke werden nur die Sachen, die, ähm, die, also durch die Stärke waffen. Ähm, ihr habt gesehen, ich habe so einen Schuss, den bekommen durch den Keystreak. Ich denke mal ab 15 das Case bekommt. Oder durch 12 oder so. Und durch 15 das zweite. Und mal ein bisschen extra schauen. Aber leider hat er nicht so gut getroffen. So. Aber später, wenn wir dann schneller sind und so. Ich werde sowieso auf Schnelligkeit auch ein bisschen gehen. Damit wir die Streaks hinbekommen. Ja, wie immer eigentlich im Action-Rollenspiel habe ich auch nicht so Bock auf die Defensive. Dann kann ich schon so richtig abgehen. Ja, Path of Exile ist mein beliebtes Spiel auf Steam mit über 450 Stunden. Ähm, Minecraft ist natürlich sehr, sehr viel weit da vorne, aber das geht nicht über Steam. Ähm, aber das meistgespielte ist wahrscheinlich immer noch Diablo 2. Aber Path of Exile holt natürlich sehr, sehr schnell auf. Einfach momentan nicht so wahrscheinlich, weil ich gerne alles ein bisschen zeigen will. Und dadurch ich nicht so schnell vorwärts komme. Aber ich habe ja die Übung und dann wird das auch ein bisschen schneller kommen. Also schneller gehen dann. Split Arrow. Ich kann es leider nicht so oft einsetzen. Und mache natürlich auch nicht so viel Damage. Wie der Nahkampfangriff. Also der normale Angriff. Nahkampf ist es ja nicht. Und wieder Boom-tastig. Also es ist mit 15. So jetzt kann ich auch gleich sehen. Ihr könnt ja locker oben links schauen. Ich kann leider nicht so locker schauen, weil die Monster hier unten rechts sind. Aber jetzt sehe ich es auch. Also leider geht es relativ schnell nach unten. Ich hoffe, das geht später nicht mehr so schnell nach unten. Ähm, wenn wir dann Hohle haben. Aber wird sich wahrscheinlich so bewahrheit. Yeah, wir haben es noch geschaut. Also das macht richtig Wumms. Das macht jetzt auch natürlich so mehr Spaß. Aber eben, es ist doch ein bisschen knapp gemessen. Wir müssen ein bisschen überarbeiten. Also wir haben jetzt solche Pets bekommen. Das sind Äxte. Die uns noch ein bisschen helfen. Und jetzt ist es fertig. Ja. Schade, schade. Also es ist, ja, für mich ein bisschen zu knapp gemessen. Zwischen den Kays. Aber eben später werden die Monster natürlich auch weniger aushalten. Also viel mehr Treffer von uns kassieren. Und die nervt natürlich auch heftig mit dem Feuersturm. Danke, hey. Ihr seid noch stark. Nicht schlecht. Also wenn wir wirklich nicht weiterkommen, dann werden wir natürlich auch einen anderen Charakter anfangen. Der eher so ein bisschen auf defensiv erachtet. Ich dachte da an einen Shockwave-Totem-Ding. Der wurde gebufft und karriert jetzt mit dem Spell-Damage. Also es wird ein heftiger Charakter sein. Aber er ist halt auch langweig zum Spielen. Also wenn ich ihr dann Item suchen muss. Und das mache ich eben erst, wenn ich wirklich muss. Und sie sich nicht so gut macht. Besuchen, weil sie natürlich auch MF-Items haben muss. Also Magic-Friend-Items. So. Der Attack-Speed ist mit 3% ein bisschen gering. Da haben wir nämlich Projekt-Heal-Damage. Und weil es ja Prozent ist, skaliert das auch ein bisschen später mit den anderen Schadens-Buffs. Passive Skill. Also hier geht es wieder zurück. Da gehen wir nicht hin. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. So, aber die Einblendungen nerven langsamer wissen. Es ist normal, dass die das erste Modding haben. Das muss nicht jeder wissen. Das kann nach der, die wissen, die in dem Lager sind oder so. Die nicht gerade am Kämpfen sind. Nach Tidore Island gehen wir noch nicht. Erst wenn wir die zweite Nebenquest gemacht haben. Mit dem untoten Priester da. Mit dem Geist, äh, also Totenbeschwer. Uh, macht Schaden. Zwei Armour-Scrap. Sehr schön. Ähm, ja, was über den Tornado-Shot. Das ist so ein kleiner Tornado, der zum Mauszeiger geht, dem direkten Weg. Und sich dann in mehrere kleine Schüsse, so Pfeile, ähm, aufsplittet. Und, Ding, also das habe ich, glaube ich, in einem Trailer oder so gesehen. Also nicht im Haupttrailer, dort kam es, glaube ich, nicht vor. Und, ja, also eigentlich recht, ja, besser als die anderen Schüsse. Und, ja. Also hier werden wahrscheinlich auch wieder Invasion-Bosse sein. Und, nachdem wir so die Wasserhöhen, die dann beikommen, hinter uns gelassen haben, kommen auch die kleinen Kisten da. Wie heissen sie jetzt schon wieder? Ähm, ich weiss es jetzt nicht mehr genau. Wo auch Monster rauskommen und dann kleine Preise fallen lassen. Und, ja, am Anfang habe ich Ambash-Liga gespielt und da kamen sie. Da wurden sie eingefügt in dieser Liga. Als einziges. Und, ähm, dort habe ich ein paar schon gefunden, die sogar ein Unique-Item oder ganz viele Ops fallen gelassen haben. Also, das wird uns natürlich jetzt auch viel mehr helfen. Also, eine Glyphe haben wir schon. Wir müssen solche Plätze auf, ähm, spüren, die, äh, das Nest drauf haben und, ähm, eine Glyphe beinhalten. So. Nochmals ein Orb of Augmentation. Oder Augmentation, mein Wollt. Ja, die raschen alles durch, haben also die Docks erst jetzt entdeckt. Und das ist wahrscheinlich das gleiche Spiel da wieder. Das sind meistens so Chinesen oder Südkoreaner, die den ganzen Tag nur spielen. Und keinen Respekt vor dem Tod haben. Tausendmal sterben, bis sie durchgerascht sind. Und, ähm, das ist normal, äh, das ist normal, dass es solche Leute gibt. Die vielen, die, die haben das ganze Leben als eine Challenge. Mag ich jetzt persönlich nicht. Ich möchte lang leben und ich möchte nicht wegen irgendwelchen Sachen depressiv werden. Ähm, das ist meine, meine, Gilde, äh, ich passe jetzt so. Sie einfach gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr und dann ist niemand mehr online gekommen. Hm, kann ich nicht verstehen, aber... Eben. Es ist natürlich online, also... Und da kann man einfach weggehen, ohne irgendwas zu sagen. Im Real Life würde man bombardiert werden. Von Telefon aufrufen oder... Von... Ähm... Ja, Klingeln an der Haustür. Ich finde es von den Entwicklern übrigens sehr schön, dass sie das Spiel weiterentwickeln. Und immer wieder neue Sachen reinbringen, wie zum Beispiel Games. Oder eben kleine Addons, wie jetzt hier das zweite. Ähm... Ist so ein bisschen Blizzard-like. Blizzard hat das auch immer gemacht, aber... Nicht so lange, wie zum Beispiel hier, so intensiv. Und, ähm... Oder Minecraft. Minecraft ist jetzt ein bisschen ein besseres Beispiel, weil... Ähm... Pufferfix ja auch noch nicht so alt ist. Ähm... Ich finde das übrigens sehr, sehr toll und unterstützt es auch solche Spiele mehr. Also Spiele sind mehr... Zeigen mehr Gameplay-Videos und so. Weil ich finde, ein Spiel... Das kommt nicht einfach auf den Markt und ist dann tot. Und wird dann nur noch ein bisschen gehaut fixet. Oder sonst irgendwas. Ähm... Ein Spiel ist für mich ein lebendiges Organism fast schon. Und, ähm... Muss weitergepatcht werden. Weiter mit... Mit, äh... Futures. Ähm... Ja. Reingebracht werden. Reingebatcht werden. Und, ja. Darum finde ich das toll von... Grinding Games, dass sie wirklich das Spiel weiterhin... Sehr schön weiterentwickeln. So. Schauen wir mal, was wir so haben. Parted West. Ah, viel besser. Ein Live-Flask können wir mal identifizieren. Ja, natürlich schon viel besser. Gut. Und hier haben wir schon ein Chromatic-Obsession. Ähm... Hier haben wir, ja... Hier hochgeskillt. Und hier geht's wieder runter. Zu Ballistic Mastery mit... Break-Deal-Speed. Hier unten gibt's noch ein bisschen Bogen-Scales. Da können wir hier rüber noch... Ich weiß nicht, den Valve-Hakt habe ich eigentlich schon immer... Wollte ich schon immer, aber hatte immer zu wenig Live-Leach. Vielleicht werde ich das jetzt diesmal scannen. Später mal. Hier haben wir Bows-Keys mit viel Damage. Gut, Sascha. Also das haben wir... Ähm... Ich wollte eigentlich noch nicht rein, aber ich brauche den Game von dort. Gehen wir mal. Und ich habe konstante FPS. Frebs stört nicht. Das Spiel stört irgendwie nicht. Das hat so... So kleine... Ding und... Eigentlich habe ich auch noch nicht so... Desync-Probleme. Oh, das ist laut. Desync-Probleme gehabt. Also wirklich die Gegner auf einem anderen Ort waren. Und ich sie nicht getroffen habe. Und die Gegner darf er mich bombardieren, ohne dass ich sie sehe. Schön. Ähm... Ich hole hier kurz noch den Waypoint, sonst müssen wir nämlich laufen. So. Also wenn es euch noch interessiert, ich werde bald ein neues Spiel noch reinbringen. Ähm... Schon ein älteres, nämlich Titan Quest. Mit dem Add-on Immortial Throne. Und... Ähm... Dem Mod Diablo 2 Immortal. Das ist ein Harkom-Mod, also der ist sehr schwer. Und wieder die Diablo 2-Ski ist einfach umgewandelt und ein bisschen verendet. Und ähm... Ja, nein, Monstern und Bossen und alles Mögliche. Also wer es sich interessiert, das Let's Play Part startet heute oder morgen. Ah, hier unten ist... Da gehen wir unten durch. Da links. Waypoint. Und hier ist auch der Eingang zu einem optionalen Gebiet. Das aber noch ein bisschen warten soll. So. Also, dann werde ich mal kurz den Part beenden. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Und ähm... Wir sehen uns gleich wieder.